Alt-Fraunhofen Gegen 15 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil sich in Alt-Fraunhofen eine Familientragödie abgespielt haben soll. Vor Ort fanden Polizisten dann die drei Hausbewohner tot vor. Alle drei Erwachsenen wiesen Schussverletzungen auf. Über den genauen Tatablauf und die Hintergründe der Tat, liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Erste Hinweise deuten auf ein innerfamiliäres Motiv HIN, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Nach Wochenblatt-Informationen handelt es sich bei den Toten um einen Familienvater, seine Frau und seine Tochter. Eine Beteiligung weiterer Personen schließt die Polizei aus. Die Ermittlungen der Kripo vor Ort dauern derzeit an. Diese Meldung wird laufend aktualisiert.